Ferrarese. Ferrarese? Wie Ferrari, nur anders. Das können wir gleich als Einstieg nehmen. Hallo Luca. Hallo. Luca Ferrarese. Genau. So wie Ferrari, nur anders. Luca, ich habe mir gedacht, das hatte ich schon so viele Ökonomen bei mir im Podcast. Jetzt traue ich mich mal an einen richtigen Wissenschaftler heran. Du bist Molekularbiologe. Genau, ich bin Molekularbiologe. Das heißt, ich habe einen Bachelor hier in Wien gemacht, Biomedizin und Biotechnologie studiert, vor einigen Jahren jetzt mittlerweile. Und dann bin ich nach Zürich und habe dort meinen Master in molekulare Gesundheitswissenschaften gemacht. Es ist fancy für einfach Molekularbiologie. Und jetzt mache ich meinen PhD im selben Labor und bin tatsächlich schon in meinem fünften Jahr. Du bist ursprünglich aus Südtirol? Genau, aus Brixen, zweisprachig aufgewachsen. Grüße gehen raus an die Südtiroler. Und Grüße gehen natürlich auch raus an unsere geliebten Ökonomen. Ich habe es nicht böse gemeint, aber wir haben es ja vorher schon besprochen. Enragement ist Engagement und da muss man ab und zu ein bisschen provokant sein. Nein, wir reden heute ein bisschen über die Frage, wie wir uns eigentlich vorstellen, quasi den Transfer von einer Fiat-Schulden-basierten Welt in eine Bitcoin-Equity-basierte Welt. Und wir haben gestern schon einen ersten Schritt gemacht. Was haben wir denn gestern gemacht? Genau, also wieso bin ich eigentlich hier in Wien? Klar warst du für den Podcast, aber ich bin auch für ein anderes Event hergekommen, dass von der Initiative Die Welt von Morgen organisiert wird. Diese Initiative ist vom Rotary Club unterstützt und es geht darum, Impulse zu entwickeln und diese Impulse tatsächlich auch in die Politik reinzubringen. Das ist so das Ziel. Und mein Impuls war, wir müssen mehr über das Thema Geld sprechen. Wir müssen auch vor allem das Thema Geld im Curriculum von Schulen integrieren und wir müssen auch objektiv mit einem Team von Experten oder halt Forschern von interdisziplinären Richtungen, nicht nur Ökonomen, unser Geldsystem unter die Lupe nehmen und da vielleicht eventuelle Fehler erkennen. Das ist der zweite Impuls und der dritte Impuls und da bist du ja auch gekommen. Deshalb vielen Dank, dass du dir da die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ist Alternativen, Viable Alternatives zu identifizieren und diese auch objektiv zu bewerten. Und diese Alternative ist Bitcoin und da hattest du fünf Minuten Zeit, um zu erklären, ob Bitcoin tatsächlich eine potenzielle Viable Alternative ist. Der Bitcoin Elevator Pitch, ja. Ich fand es deswegen faszinierend, dass man muss sich das vorstellen, das Ganze war in einem Hinterzimmer von einem Wiener Kaffeehaus mit ungefähr, sagen wir, 30 Leuten, jungen Leuten, aber auch älteren Leuten, die einfach etwas, die spüren irgendwo, es muss mehr geben, es muss was getan werden. Sie wissen aber nicht genau was und sie suchen offen nach Alternativen. Und das war für mich deswegen so interessant, weil es gab dann quasi eine Feedback-Runde und in dieser Feedback-Runde nach unserem Auftritt, also du bist aufgetreten, gleich mit Broken Money von Lil Alden, 700 Seiten Wälzer, gleich in die Höhe gehalten. Und ich habe versucht, Bitcoin ein bisschen zu erklären. Und es gab sehr viel Skepsis. Total konstruktive und verständliche Skepsis. Von der Energie über die, geht das überhaupt ohne Dings und ohne Zentralbanken? Deflation war ein Thema, dann auch, dass es nicht stabil ist. Eine Währung muss ja stabil sein, Bitcoin ist zu volatil. Das war auch, und sonst hast du, glaube ich, eher alles erwähnt. Strom, also Energieverbrauch war definitiv auch ein Thema. Genau, und ich fand das toll, weil die Leute haben sich Gedanken gemacht und nach fünf Minuten verstehe ich jeden, der skeptisch ist. Ich auch. Wie lange hast du gebraucht? Ja, wie lange habe ich gebraucht? Ich bin immer noch im Prozess, würde ich mal behaupten. Bei mir hat alles angefangen vor ungefähr drei Jahren. Das klingt so immer, bei mir hat alles angefangen. Ja, aber es ist so, die Story. Was hat angefangen? Als ich angefangen habe, selbst zu verdienen, also ich hatte das sehr große Privileg, von meinen Eltern durchgefüttert zu werden, durch das ganze Studium, auch hier in Wien und auch in Zürich. Sie haben mir gesagt, wenn du das in einer Frist, fristgerecht alles machst, ist das gut. Wenn nicht, dann müssen wir halt schauen. Also ein bisschen noch, schon ein paar Regeln gesetzt. Ja, definitiv. Aber trotzdem, das ist, also ich habe wirklich einen großen Respekt von den Menschen, die gleichzeitig auch arbeiten, studieren und arbeiten. Ich konnte nur studieren. Und dann habe ich als PhD-Student verdient man auch was. Jetzt nicht die große Menge. Man ist in der Schweiz, in Zürich immer noch unter dem Mindestlohn. Aber wenn man einen Lebensstil hat, der minimalistisch ist und jetzt nicht jedes Wochenende groß feiern geht, dann kann man auch sparen. Gut, das wollte ich machen, habe dann Geld einfach auf mein Bankkonto gespart. Und dann ging es halt immer so darum, hey, das macht keinen Sinn, das Geld entwertet, du musst dein Geld für dich arbeiten machen. Und das war für mich mega weird, weil wieso muss ich mein Geld für mich Arbeit machen? Ich habe dafür ja schon gearbeitet und ich möchte einfach nur diese geleistete Arbeit in Form von Kaufkraft in die Zukunft mitnehmen. Das klingt jetzt alles so naiv, aber du musst dir denken, mit meinem Background, die einzige, mein einziger Wirtschaftsunterricht, den hatte ich im Gymnasium. Frau Hecher und da haben wir gelernt, wie der Südtiroler Landtag aufgeteilt ist und die Politik. Ja klar, weil man ja gleich von Anfang an lernen muss, wenn es um Wirtschaft geht, geht es eigentlich darum, was die Politik und der Staat macht. Und das war jetzt natürlich ironisch gemeint. Aber du bist sozusagen als Wissenschaftler, als Monikularbiologe, habe ich den Eindruck, dass du dir wirklich die Dinge ganz genau von Null erarbeitest. Muss ich. Also ich bin so eine Person und auch das Studium hat mir das mitgegeben. Du entwickelst eine analytische Toolbox und mit dieser analytischen Toolbox gehst du Problemstellungen wirklich auf den Grund. Und mich hat das echt irgendwie intrinsisch bewegt, zu verstehen wollen, wieso ich eigentlich jetzt investieren muss. Weil es läuft dann darauf aus, dass du breit diversifiziert streuen musst. Also du musst fast schon investieren, um deine Kaufkraft zu erhalten. Und dann findest du raus, dass ETFs, breite Streuung, the way to go ist. Dann versuchst du, dein Portfolio zusammenzustellen aus 70 verschiedenen ETFs und dann stellst du fest, einer reicht auch? Nein, tatsächlich, bevor ich was mache, mache ich es gleich direkt, versuche ich es richtig zu machen. Deshalb habe ich auch nicht diese Fehler gemacht, 70 ETFs und so weiter. Du musst dir das so vorstellen. Du arbeitest 10 Stunden im Labor, dann gehst du heim und dann schaust du noch Thomas vom Finanzfluss an, weil du das ja machen musst. Also du musst dir irgendwie ein Finanzstudium noch so irgendwie aneignen, wenn du deine Kaufkraft mitnehmen musst. Du kannst auch, du kannst auch definitiv zum Bankberater gehen oder zum Finanzberater. Aber vielleicht ist das so auch meine Skepsis, die ich in meiner Erziehung mitgebracht habe, in meinen Eltern und auch in Südtirol. Oder ist es halt auch schon manchmal so, ja, lass dich halt nicht so verarschen. Mach das selber, schau da gut drauf. Und ich will ja nicht zum Bankberater gehen, der auch einen Anreiz hat, mir ein Produkt zu verkaufen. Und vielleicht ist dieses Produkt ja nicht das Beste. Vielleicht sind da ein bisschen mehrere Gebühren. und dank Thomas vom Finanzfluss weiß ich, dass Passiv besser ist als Aktiv. Grüße gehen raus auch. Also das ist ja auch für mich als Medienmensch faszinierend zu sehen, wie Finanzfluss aufgestiegen ist. In einer Zeit, in der ich auch verstanden hatte, dass diese Story, die Story Passives investieren. Ich meine, wer hat sie erfunden? Jack Bogle von Vanguard hat sie erfunden. Und wann hat er sie erfunden? In den 70er Jahren. Und warum hat er sie erfunden? Weil 1971 der Goldstandard aufgehoben wurde. Der ist nicht da gesetzt und hat gesagt, wir brauchen jetzt eine Alternative zum Sparen. Aber er hat das gespürt, dass das jetzt notwendig ist und ist halt mitgewachsen mit dieser Ding. Und das Problem ist, dass in unseren Breitengraden das nie angekommen ist. Die Amerikaner haben das in den 70er Jahren seitdem massiv angenommen. Aber die Generation unserer Eltern noch, die musste ja zum Bankberater gehen. Die hatte doch gar keine andere Möglichkeit. Da gab es nichts zum Selbstbeibringen, Selbstorganisieren und so weiter. Oder ein Haus kaufen. Oder ein Haus kaufen. Aber die Sache ist die, bei mir blieb es dann nicht da. Also es blieb nicht an, du musst einfach diversifizieren und investieren. Die Frage ist immer noch offen oder war offen, wieso muss ich das überhaupt machen? Wieso muss ich investieren? Wieso muss ich mein Geld, was heißt investieren? Das heißt, man geht ein Risiko ein für Gewinne und Verluste, weil es ist nicht sparen. Ganz genau. Und das war in einer Zeit, wo man halt auch keine Zinsen bekommen hat auf einer Bank, Negativzinsen und auch Bankgebühren waren. Und das hat mich wirklich getriggert. Und dann auch durch diese Diversifikation kommt man automatisch auf Krypto. Kommt man. Nicht so diversifizieren in ETFs. Aber cool, da gibt es ja auch noch Krypto. Vielleicht kann man so in einem monetären Bereich auch noch was diversifizieren. Das habe ich dann auch gemacht. Tatsächlich habe ich dann nicht nur Bitcoin gefunden, sondern auch Ethereum. Tatsächlich auch Cardano. Aber es ging mir darum, immer wieder die Sachen zu verstehen. Ein bisschen rein diversifiziert. Und dann war ich trotzdem so, okay, aber was ist das? Wieso gibt es das? Und bei Bitcoin bin ich dann wirklich stecken geblieben. Und Bitcoin ist so faszinierend, weil es zwingt dich, nochmal einfache Fragen zu stellen. Sehr einfache Fragen, die aber ultra kompliziert sind. Und diese Fragen musst du dann mit dieser analytischen Toolbox versuchen zu analysieren. Eine sehr simple Frage, die sich Leute im Bitcoin-Space auch oft stellen, ist, was ist Geld? Die Frage beschäftigt auch einen dann, wenn man es ordentlich macht, mindestens ein, zwei, drei Jahre. Man hat nie ausgelernt. Philosophisch, da geht man wirklich historisch. Und diese Frage meiner Meinung nach muss man im Unterricht reinbringen. Das muss sein. Es ist halt die Frage, wer es in den Unterricht reinbringt. Weil wenn du natürlich bei der Notenbank fragst, was ist Geld, bekommst du eine andere Antwort als von einem Austrian Economist und eine andere Antwort als, keine Ahnung, bei der MMT wahrscheinlich noch immer. Da gibt es noch ein bisschen einen Unterschied. Aber ich glaube, das hatten wir gestern auch. Das hat mich auch fasziniert, dass quasi die Kritik von den jungen Leuten kam, naja, wir haben ja nie gelernt, wie das Finanzsystem funktioniert, wie das Geldsystem funktioniert. Jetzt wissen wir aus eigenem Studium ein bisschen was darüber, wie das Geldsystem funktioniert. Zumindest glauben wir das zu wissen. Aber ich behaupte immer, niemand weiß, also selbst Lynn Olden, die ist schon sehr weit, niemand weiß genau, also wirklich, wie es funktioniert. Jemand behauptet, zu wissen, wie es funktioniert, ist auf jeden Fall ein Lügner, weil er kann es nicht wissen und sie auch nicht. Nein, aber was man machen kann, ist, man kann beobachten, wie man Geld verwendet in einer Gesellschaft. Und Geld ist ein Anspruch auf Ressourcen. Geld ist sozusagen ein Claim und man kann mit Geld planetäre Ressourcen mobilisieren, aber auch menschliche Ressourcen mobilisieren. Mit funktionierendem Geld. Mit funktionierendem Geld, definitiv, aber das ist ja crazy. Das heißt, Geld mobilisiert Ressourcen, mobilisiert Energie und da müssen wir ja uns ein bisschen tiefer mit dieser Thematik beschäftigen, wenn wir auf einem Planeten leben mit limitierten Ressourcen, jetzt auch in eine nachhaltigere Welt gehen möchten. Ist das nicht ein Thema, was man besprechen muss? Ja, also ich bespreche es jetzt seit 140 Folgen. Also es ist auch nicht eine Kritik. Nein, 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 ich weiß nicht. Aber das geht raus. Das muss man einfach mal erwähnen. Also die, so Geldkompetenzprogramme, würde ich das mal nennen. Das wäre ja auch so ein Ding, was man mal wirklich in Schulunterricht reinbringen muss. Aber ist es nicht total faszinierend, dass genau die Bitcoiner oder die Leute, die sich mit Bitcoin beschäftigen, dann genau diese Dinge erörtern durch Bitcoin? Es ist ja in der Theorie, ich habe ja mich mit Geld schon beschäftigt vor Bitcoin. Aber du musst immer auch Alternativen sozusagen, deswegen haben wir auch gestern über Alternative, du musst erst mal die Alternative sehen, damit du überhaupt einen Blick bekommst, finde ich. Also ohne Bitcoin ist es unglaublich schwierig. Definitiv. Zu sagen, ja, das ist halt so abstrakt so, ja, der Goldstandard und da haben die ja irgendwie Goldreserve und wenn wir das Gold wieder einführen, wäre es doch besser und bla bla bla. Aber am Ende des Tages ist das alles. Und was es auch ist und das ist das, was mir so wichtig ist, ist Bitcoin in dieser Cypherpunk-Attitüde, Bitcoin ist ein Tool, das du sofort nutzen kannst. Und nicht ein, ah, da muss sich die Politik drum kümmern, da müssen wir in Volksabstimmung und da, also nein, es passiert hier und jetzt. Ja, es ist da, es ist da. Und ich bin jetzt auch ganz ehrlich mit dir, ich glaube, ich hätte mir viele Fragen nicht gestellt, wenn ich nicht Bitcoin jetzt entdeckt hätte. Weil die Frage, was ist Geld, brauchen wir Inflation, wie funktioniert unser Wirtschaftssystem, was ist Ökonomie, die Fragen hätte ich mir sonst nie gestellt. Vor allem auch, wie Ökonomie funktioniert, das ist ja auch extrem faszinierend als Naturwissenschaftler. Du schlagst ein Volkswirtschaftsbuch auf, siehst extrem viele Formeln, mathematische Modelle, Gleichgewichtsrechnungen und so weiter. Und dann denkst du dir so, okay, auf was basiert das? Basiert das auf Physik, basiert das auf jetzt Schwerkraft oder Naturgesetze? Dann bist du so, nee, das basiert auf Modelle. Alle Ökonomie versucht, menschliches Handeln zu, ja, predikten, modellieren, irgendwie zu gestalten und zu berechnen. Aber durch Mathematik verschafft man sich eine Sicherheit und gleichzeitig werden Modelle nicht mehr hinterfragt. Und das ist der Punkt, warum ich sehr wohl natürlich das am Anfang gesagt habe mit der Wissenschaft, die Pseudo-Verwissenschaftlichung der Ökonomie durch Zahlen. Genau. Weil die Zahlen sind Bullshit. Du hast ein Modell, das Modell kann richtig oder falsch sein, aber die... All Models are wrong, some are useful. Die Inflationsrate, die du da reinrechnest, ist keine Realität, das ist nur irgendeine Zahl. Das GDP, das du reinrechnest, ist keine Realität, das ist nur irgendeine Zahl. Und das heißt, du fangst an, mit irgendwelchen Zahlen herumzumassieren und dann kommen andere Zahlen dabei raus und das Ganze hat dann, weil du, wie du es richtig sagst, du schlägst dann das auf und da sind dann Formeln drinnen und jeder Laie ist total erschlagen. Aus den Economics kommt ohne Zahlen aus. Weil Zahlen natürlich geduldig sind oder einfach, ja, und damit fängt, und dann kommt noch dazu, dass quasi, dass auch die Zahl, dass das Geld an sich natürlich manipuliert wird. Das ist dann die Frage, mit Bitcoin hätten wir theoretisch so etwas wie einen Uhrmeter von Geld. Bitcoin würde tatsächlich eine Messbarkeit reinbringen in die Ökonomie, aber nur Bitcoin und nichts von dem, was wir heute haben. Ja, aber wieder zurück zu diesen Zahlen. Weil das sehr gefährliche ist, wenn diese Zahlen dann plötzlich als gottgegeben einfach wahrgenommen werden. Und das darf nicht passieren, weil, also ich will jetzt hier nicht eine Kritik an der ganzen ökonomischen Schule äußern oder Neo-Keynesianismus und so weiter. Es sind ja auch sehr intelligente Menschen, die sich wirklich intensiv mit diesen Sachen beschäftigen, Studien und PhDs machen. Aber mir geht es mehr so ein bisschen, diese Bodenständigkeit reinzubringen und vielleicht Sachen wieder ein bisschen zu hinterfragen, vor allem in einer Situation, in der wir uns gerade bewegen, wo ein Inflationsziel von zwei Prozent auch da ist, um Konsum zu fördern und gleichzeitig möchten wir diesen Überkonsum bekämpfen. Also wir haben so ein paar Themen, die gegeneinander steuern und es scheint, dass wir nicht wirklich die fundamentalen Fragen stellen wollen oder auch noch nicht imstande sind, diese zu stellen, weil wir das einfach so als gottgegeben wahrnehmen. GDP ist auch so eine Zahl, Inflation ist auch so ein Ding und da sehe ich die große Gefahr. Es gibt Leute, die sprechen von Degrowth zum Beispiel. Wenn wir jetzt von Nachhaltigkeit sprechen, was ist Nachhaltigkeit, heißt bedeutet, du hast vorher davon gesprochen, du kannst, du hast nach Sparvehikeln gesucht eigentlich. Genau, ja. Ich wollte ja nicht investieren. Sparen ist nachhaltig. Sparen bedeutet, dass ich nicht sofort Geld mobilisiert, Ressourcen, dass ich nicht sofort Ressourcen mobilisiere, sondern erst dann, wenn ich der Meinung bin, das ist jetzt besser, als meine Kaufkraft zu bewahren. Wenn du sagst, zwei Prozent Infusion, ja, das ist natürlich dann die Idee, naja gut, wenn die Leute gezwungen werden, ihr Geld auszugeben, dann kurbelt das die Wirtschaft an. Deswegen werden die Zinsen gesenkt, wenn die Wirtschaft hinuntergeht. Das führt zu unglaublicher Ressourcenverschwendung, einer Fehlallokation der Ressourcen, völlig unabhängig von der Korruption, die durch das System entsteht, weil in der Mitte die Druckerpresse und die Politiker und die Banken, vergessen wir das mal. Das führt zu einer Fehlallokation der Ressourcen und führt zu Verschwendung. Und Bitcoin ist dazu die Alternative. Ich habe einmal auf Twitter, habe ich mal geschrieben, so aus der Hüfte geschossen, geschrieben, ja, da hat einer gesagt, naja, Bitcoin ist so schlecht für die Umwelt. Da habe ich gesagt, naja, was ist, wenn jemand, das war, keine Ahnung, war Bitcoin vielleicht bei 5.000 Euro, ja, was ist, wenn jemand statt einem Atlantikflug ein Bitcoin kauft? Ja, das heißt, er, abgesehen davon, dass das Flugzeug ohnehin fliegt, aber das ist ein anderer Punkt, er hat nichts, er hat quasi nichts getan, was da umweltschädigt im Sinne von Atlantikflug und Bitcoin läuft ja auch sowieso. Der hat sich extrem lustig gemacht über mich, ja, und ich habe das damals auch nicht durch argumentiert, weil ich es eben, es war eher so ein Hüftschuss, aber irgendwo stimmt es doch, ne, du kannst ja quasi eine Alternative zum Konsum. Ja, aber Nikola, lass mal da auch tatsächlich ein Beispiel machen, wegen Fehlerallokation, weil als Molekularbiologe versuchst du dann immer so Mechanismen irgendwie rauszuzeichnen. ETFs. In ETFs spart man jetzt. Wer ist da in diesen ETFs drinnen? Das sind in den USA die größten Unternehmen drinnen und die bekommen durch das Monetarisieren oder das monetäre Premium von diesen ETFs. Genau. Einen extrem großen Marktvorteil von Unternehmen, die da nicht drin sind. Wieso? Weil die können dann ihre Aktien auch als Sicherheit nehmen, um neues Kreditgeld zu bekommen. Ganz genau. Und das muss man sich mal vorstellen. Man gibt diesen Unternehmen einen Riesenvorteil, nur weil man die Kaufkraft erhalten möchte. Und gleichzeitig ist man dann auch so Amazon, Jeff Bezos, Elon Musk, die ganzen Reichen, die muss man alle besteuern und umverteilen. Ich verstehe das alles, aber da ist ja ein fundamentales Problem. Also ich bin manchmal so, habe so mind-blowing Momente, weil wenn du als Molekularbiologe da drauf schaust, dann bist du so, jo Leute, aber wieso gibt man keinen Anreiz, dass man jetzt sparen kann? Auch für die Umwelt. Auch für die Nachhaltigkeit. Auch für die Transition zu diesen Renewable Energies und so weiter. Oder in einer Welt, die weniger mit Fossil Fuels betrieben wird und so weiter. Das müsste ja jedem klar sein. Das ist so nur ein Anreiz, den man gibt. Spar mal, konsumier mal weniger, win. Das Problem ist, dass das System, wie wir es heute haben, dafür schon viel zu fortgeschritten ist. Also Bitcoin ist ja eigentlich eine Reaktion des freien Marktes auf diese Herausforderung, weil wir ja eine Alternative brauchen und wir wollten ja heute auch über den Transfer reden und der sollte ja auch, glaube ich, so langsam wie möglich stattfinden. Das heißt, die Leute anschreien über Bitcoin. I get it, I get it, wirklich, weil wenn man es einmal verstanden hat und du siehst das aus der Perspektive der Wissenschaft. Ich frage mich nur die ganze Zeit, sollten nicht vielleicht einfach ein paar mehr Molekularbiologen und Physiker und Chemiker sich mit Fragen der Wirtschaft auseinandersetzen. Das wäre doch interessant, deren Perspektive auf genau diese Fragen, weil die stellen ja offenbar die richtigen wissenschaftlichen Fragen und zwar fangen bei Null an und haben auch keine Angst davor, bei Null anzufangen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ich glaube, das ist auch ein großer Vorteil, weil wenn ich jetzt, keine Ahnung, Wirtschaft studiert hätte, Bachelor, Master und ein PhD gemacht hätte, dann hätte ich auch vielleicht Sachen als Gott gegeben, einfach angenommen. Du lernst ja auch im Wirtschaftsstudium nichts über das Geldsystem. Das Geld ist die Zahl, die quasi aus der Notenbank kommt. That is it. Aber wieso sich Leute jetzt in der Molekularbiologie nicht mit diesen Themen beschäftigen, ist meiner Meinung nach, weil das Interesse da nicht so besteht, beziehungsweise auch nicht das Gefühl, das wird schon gemanagt. Das wird gemacht von anderen Menschen, die sich mit dieser Thematik intensiv beschäftigt haben. Und da ist halt auch viel Vertrauen, glaube ich. Und ich meine, als ich diese drei Jahre mehr und mehr mich mit Geld beschäftigt habe, habe ich das auch offen kommuniziert mit meinen Peers. Und das ist auch sehr lustig, weil manchmal wird es halt sehr controversial, wenn man halt mit so ein paar Statements kommt. Und dann gab es so einen nicen Gag, wo die Leute gesagt haben, weißt du was, wir machen dir jetzt einen Aluhut und jedes Mal, wenn wir halt zusammen Mittag essen und es kommt ein controversial Statement, dann setze ich meinen Aluhut auf. Hast du wirklich den Aluhut? Ja. Ich glaube, den braucht jeder zurzeit in unserer Gesellschaft. Weil controversial topics, die droppt man ab und zu. Und dann, wenn du einen Aluhut hier hast, zack, drauf, dann kannst du das sagen. Aber ich nehme das ja nicht als Kritik. Das wäre mehr so als Joke. Und ich habe das auch mega gefeiert. Und controversial topics, also ich möchte da auch Beispiele nennen. Wenn man sich die Geldgeschichte zum Beispiel mal anschaut und wenn man sich anschaut, wie England im Ersten Weltkrieg reingestartet ist, da wollte man auch die Bevölkerung auf der Seite haben von diesem Krieg. Und dann hat man War Bonds geissued. War Bonds sind Kriegsanleihen. Kriegsanleihen, ja. Kriegsanleihen. Die gab es bei uns auch, so ist es nicht. Ja. Aber das ist das Beispiel, weil es dann sozusagen entdeckt wurde, was passiert ist im Nachhinein. Sie haben, also man hat gesagt, dass die Bevölkerung wirklich dahinter steht, weil diese War Bonds wie warme Semmel weggegangen sind. Im Nachhinein, 100 Jahre später, hat man rausgefunden, als man im Archiv von der Bank of England runtergegangen ist, dass einfach nur so ein Drittel aufgekauft wurde von der Bevölkerung und zwei Drittel durch die Zentralbank selber finanziert wurde. Also man hat quasi Geld gedruckt, um den Krieg zu finanzieren. Was einer der ältesten Anwendungsfälle für Inflation überhaupt ist. Genau. Also man hat was finanziert, was man durch Steuern und durch die Politik sonst nicht hätte wirklich gut durchbringen können. Und wenn man das halt so erzählt, klar mit Aluhut, dann sind alle so, ja okay, das ist mega krass. Das ist schon mega krass. Und ein anderes Beispiel, du musst dir das vorstellen, das sind Leute, die sich auch nie mit dem Thema Geld beschäftigt haben. Ein anderes Beispiel ist, wie wir vom letzten Goldstandard uns entkoppelt haben. Die meisten Leute, die sich mit Bitcoin beschäftigen, kennen diese Zahl. Ich glaube, einige haben wahrscheinlich ein Tattoo 1971 irgendwo. Nico, hast du eins? Ich habe keine Tattoos, nein. Das ist mir zu High-Time-Preference. Und um Gottes Willen auch nichts gegen Tattoos. Also ich verstehe jeden, tut es, was ihr wollt. Aber dieses Datum, was ist da passiert. Also die meisten wissen das. Aber da hat Präsident Nixon den Dollar von Gold entkoppelt. Und das war ein politischer, es ist einfach so eine Entscheidung gewesen. Und das globale Geldsystem wurde von einem Tag auf den anderen verändert. Es gab auch keinen Aufschrei. Die Frage, wieso das gemacht wurde, das war dann spannend in dieser Diskussion während dem Mittagessen. Es wurde gemacht, weil ein Versprechen von Bretton Woods nicht maintained wurde sozusagen. Die USA hat sich verschuldet durch den Vietnamkrieg, Koreakrieg und das Wettrüsten gegen Russland, Space Race und so weiter. Und die Europäer, auch Frankreich mit, ich glaube, Charles de Gaulle war es, der hat halt gesagt, jo, wir möchten eigentlich das Gold zurückholen und nicht wirklich doll erhalten. Und dann gab es prinzipiell so einen indirekten Default von der USA, weil sie haben die Koppelung einfach aufgehoben. Und dann auch diese Geschichte. Diese Geschichte hat dann beim Mittagessen auch ziemlich Diskussion induziert. Und es war mega interessant, war so, ja, mega krass. Und da haben sich die Leute da nicht beschwert. Nee, die Stocks sind hochgegangen. Wenn man Ray Dalio, The Changing World Order, liest, wo er, oder nicht The Changing World Order, ich glaube, er beschreibt das auch in einem Interview. Er war ja da. Also in dieser Zeit war, hat er bei der Stock Exchange, glaube ich, bei der Wall Street gearbeitet. Ich war nicht sogar sein erster, ich glaube, sein erster Tag an der Wall Street war der Tag, in dem der Goldstandard aufgehoben wurde. Übrigens gibt es ganz lustig, wenn wir kangen an Wall Street. In der ersten Szene des Films Wall Street, des ersten Films, kommt, und in dem Film geht es ja um quasi den Masters of the Universe, also die Ultra Profiteure der Infusion, die in den 80er Jahren wirklich ihre absoluten Höhepunkte erlebt haben. Und in der allerersten Szene kommt ein alter Broker, der kurz vor der Pension steht quasi. Und da sagt irgendwie, Charlie Sheen sagt irgendwas und der sagt dann, the whole country has gone to hell since Nixon went off the gold standard. Und das war sozusagen das Intro. Und ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder ob das wirklich, ob das quasi unterbewusst geschehen ist, aber es passt extrem gut zum Film. Und was ja auch interessant ist an den 70er Jahren, dass damals natürlich, was hat die USA de facto getan? Sie hat den Dollar abgewertet. Gegenüber Gold und damit auch gegenüber Öl. Woraufhin dann die Ölstaaten reagieren mussten. Und bis heute, bis heute steht, steht in den Zeitungen, was war der Grund für den Ölpreisschock in den 70er Jahren? Ja, der Yom Kippur-Krieg. Es wird dann immer, also für die ökonomischen Realitäten werden im Nachhinein dann Aufhänger gesucht, um es den Leuten zu erklären. Die Araber werden schon keine Begeisterung gehabt haben für die amerikanische Unterstützung Israels, aber das war nicht die Story. Die haben den Preis für Öl angehoben, weil der Amerikaner den Dollar abgewertet hat. Aber ja, und diese Geschichten, wenn man die nie liest oder nie gehört hat, dann realisiert man auch, was das eigentlich für einen globalen Impact hat. Und als Naturwissenschaftler ist man immer sehr visionär und idealistisch. Man geht auch rein, nicht aus monetären Gründen, sondern wirklich, weil man für die Gesellschaft was machen möchte. Also viele gehen rein mit dieser Leidenschaft und Passion, jetzt ganz so gesagt, krebst du heilen oder was auch immer. Aber sobald du dann merkst, dass monetäre Politik die Veränderung des Leitzinses so einen krassen Effekt global bewirkt, dann denkst du dir auch so, ja okay, Financial Stress oder Geldprobleme sind auch die Ursache, wie so viele Krankheiten auch entstehen. Also Stress an sich verursacht. Es ist eine Komponente, die ein zelluläres Microenvironment induzieren kann, das optimal für Erkrankungen ist. Und wenn man sich dann, dann müsste man auch als Forscher nicht nur da in diesen einen Organismus schauen, sondern auch versuchen zu verstehen, woher kommt dieses finanzielle Stress. Wenn man in den USA Umfragen sich anschaut, dann ist so Monetary Stress und Financial Stress so einer der größten Stressfaktoren, der die Bevölkerung beschäftigt. Das wird überall so sein. Ja, aber das hat... Nicht nur in den USA, das muss überall so sein. Genau. Und das hat definitiv auch Auswirkungen auf die Gesundheit. Und aus dem Grund geht es mir jetzt darum, auch nochmal mehrere Schritte runterzugehen und versuchen zu verstehen, woher das überhaupt kommt, dieser Financial Stress, Inflation und hin und her. Und ich glaube, das kann man als Wissenschaftler versuchen. Es ist extrem schwierig, weil auch Biologie, du hast so viele Faktoren, du kannst Experimente ausführen, aber du kannst nie alles kontrollieren. Also du musst immer bodenständig bleiben bei deinen Findings sozusagen, aber du kannst versuchen, Sachen zu falsifizieren. Müsste man dann nicht Studien durchführen und sagen, okay, wir untersuchen quasi den Gesundheitszustand von Menschen, die ihr Geld in Bitcoin sparen und dich sozusagen weniger monetären Stress an den Tag legen. Weil es ist tatsächlich, du hast ja gesagt, anders gefragt, hast du heute noch, jetzt wo du Bitcoin für dich entdeckt hast, hast du noch diesen monetären Stress, diesen Stress, dein Geld anlegen zu müssen oder ist das inzwischen von dir abgefallen? Ja, das ist eine extrem gute Frage. Also da fragst du mich auch so, wie convicted man ist mit dieser Technologie und mit dieser Alternative. Es hat definitiv ein bisschen, also es hat eigentlich ein bisschen mehr Stress verursacht, weil ich immer mehr verstehen will, was da falsch läuft. Aber gleichzeitig gibt es schon auch so ein bisschen, es kommt auch so ein bisschen eine Ruhe mit, wenn man sich überlegt, okay, crazy. Das kann eventuell eine Spartechnologie werden. Ist es ja für einige Menschen tatsächlich schon. Medium of Exchange wegen der Volatilität in unserem Breitengrad nicht, aber in anderen Regionen, wo du Diktatoren hast und autokratische Regime. Da ist ein Medium of Exchange, das nicht kontrolliert wird, auch sehr useful. Aber zurück zur Frage. Ein bisschen. Es hat ein bisschen Stress weggenommen, aber es hat mir mehr Stress bereitet, um versuchen zu verstehen und dieser Drang, den ich jetzt habe, Bildung, Geldkompetenzprogramme auch in diese Öffentlichkeit reinzubuschen. Das liegt mir richtig an Herzen und ich glaube, das müssen wir auch als Gesellschaft irgendwie buschen. Ich meine, du machst eine extrem gute Arbeit, aber ich glaube, das sollte auch tatsächlich mal in Schulen rein. Also was wir natürlich schon machen können, und da bin ich dann auch Etatist, ist, man könnte zum Beispiel meinen Podcast verpflichtend an allen Schulen im deutschsprachigen Raum vorführen, einmal die Woche. Das könnte man zum Beispiel machen. Aus gar keinem Eigeninteresse. Also ich meine damit nur, ich sehe oft diesen Drang quasi im staatlichen Schulsystem, sowas zu verankern, aber ich sehe gleichzeitig, dass ja diese Aufklärung, und sei es über Finanzfluss, sei es über meinen Kanal, Finanzfluss ist ja so ein Teil davon, und sei es über meinen Kanal, sei es über andere Bitcoin-Kanäle oder auch andere Wirtschaftskanäle von mir aus, Klammer auf, es passiert natürlich auch unglaublich viel Bullshit im Internet, mit hier lege ich mein Geld und bla bla bla, aber es passiert ja. Also die Menge an Menschen, die sich international mit der Frage, was ist Geld, beschäftigen und auch zum Beispiel zu Ausstellung Economics kommen, was zu meiner Zeit quasi, als ich noch jung war, vollkommen ausgeschlossen war, ist ja absurd. Also offenbar ist das System auch schon so stark im Stress derzeit, dass das auch ein globales Phänomen geworden ist, dass die Menschen anfangen, überall anzufangen. Definitiv, ja. Und das ist gut so, dass sich die Menschen mit dieser Frage beschäftigen, weil ich würde mir einfach ideal, so ja fast schon idealistisch vorstellen, dass Wissen ist Macht. Wissen ist Macht. Und mit diesem Wissen kann man sich auch besser schützen, auch individuell. Und das sollte gefördert werden. Das soll, das muss gefördert werden. Ich verstehe auch nicht, wieso das nicht drin ist. Also das kann ich dir genau erklären. Ja, komm. Aus dem selben Grund, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, ja. Wir leben in einer heute, also ich glaube auch, ich bin fest davon überzeugt, dass das kranke Geld uns krank macht, dass es uns Stress bereitet, dass es nicht notwendig wäre, dass wir so leben, wie wir heute leben. In vielen Bereichen, dass wir, das geht dann schon fast ins Marxistische. Und da bin ich aber weit davon entfernt, keine Sorge. Aber also die Idee, dass jeder das tun soll, was ihm am besten liegt, wäre ja mit einem Geldsystem, in dem du deine Arbeitszeit auch gut abspeichern kannst für die Zukunft, möglich. Heute leben wir in einer Welt, in der du eher noch einen Job hinzufügen musst. Und die Leute natürlich werden dadurch in Abhängigkeit gehalten. Und dann hast du eine ganze Industrie an angeblichen Problemlösern, die aber nur an den Symptomen herumdoktern. Und die hast du in allen Lebensbereichen und auch bei der Wirtschaft. Das heißt, ein Finanzberater zum Beispiel, der dir irgendwas verkauft, der weiß das vielleicht doch selbst gar nicht, dass das am Geldsystem liegt. Aber der hat ja nichts davon, wenn quasi sein gesamter Bereich durch eine Protokolltechnologie wegrationalisiert wird. Und das spürt er instinktiv. Genauso wie die EZB mit ihren Bitcoin-Bashing-Artikeln instinktiv spürt, irgendwo ist da was. Und ein Gedanke, der mir jetzt gerade gekommen ist, ist, was ist tatsächlich, wenn die Zahl derer, die sich mit Geld und Geldsystem beschäftigen, die Zahl derer, die zum Beispiel in einer Notenbank arbeiten, um das Zehnfache übersteigt. Oder über das Hundertfache. Oder über das Tausendfache übersteigt. Weil diese Menschen wiederum, das merkst du ja an ihrer zunehmenden Aggressivität, sind es überhaupt nicht gewohnt, Widerspruch zu bekommen. Die gehen auf eine Pressekonferenz, dann lassen sie ihre Weisheiten los. Die Medien würden niemals irgendwas in Frage stellen, weil das ist alles heilig für die. Und wenn es irgendwo kritisch, das ist so wie bei der Sportpressekonferenz noch ehrlicher, da kommt es manchmal zu explosionsartigen Dings. Aber wenn es kritische Fragen gibt, sind die halt vorher schon abgefangen sozusagen. Aber da muss ich was, also Christine Lagarde ist manchmal, ich glaube, das ist so ein deutsches Bank-Event. Da fragen Studenten auch. Da können auch Studenten Fragen stellen an Christine Lagarde. Und das ist extrem spannend, weil da kommen manchmal Fragen, die wirklich so ein bisschen out of nowhere sind. Weil ich meine, ich schaue mir jetzt auch manchmal das FOMC von Jerome Paul und auch, wenn Christine Lagarde kommt und jetzt sagt, wo der Leitzins hoch und runter geht. Das schaue ich mir an. Und die Medien fragen dann meistens so, ja, aber wann geht der Leitzins nochmal runter? Nächstes Mal? Oder geht er wieder hoch? Das ist so, diese Frage wird in drei, vier verschiedenen Möglichkeiten umformuliert und das ist das, was gestellt wird. Die Frage wird gestellt. Aber bei diesen anderen Events, das sind Studenten und die stellen ganz andere Fragen. Und eine Frage, die gestellt wurde, die ich extrem interessant fand, war an Christine Lagarde, wieso Deflation eigentlich nicht besser wäre für unseren Planeten, wenn wir jetzt wirklich nachhaltiger werden möchten. Und woher kommt dieses 2% Inflationsziel? Und wie sie darauf geantwortet hat, das war extrem spannend. Was hat sie gesagt? Ja, sie wusste es selbst. Also sie war auch selber ein bisschen so, ja, that's a very good question. Und diese 2%, das hat sich dann halt so ergeben, so etabliert. Aber das reicht halt nicht. Woher kommt das? Ist das irgendwie irgendwas, was empirisch nachgewiesen wurde, was gut ist für die Wirtschaft? Wieso ist das gut für die Wirtschaft? Ich weiß es. Weißt du? Ja, also ich vermute jetzt mittlerweile sind wir zu einem Punkt gekommen, wo man Deflation in diesem Schuldgeldsystem nicht mal zulassen kann, weil die Staatsverschuldungen so hoch sind und du kannst Deflation nicht zulassen. Aber man muss sich unterscheiden. Es gibt zwei verschiedene Arten von Deflation. Ja, genau. Das Kreditding, das zusammenbricht und dann die echte Deflation, wo das Leben billiger und besser wird. Genau. Und das ist jetzt das Krasse, okay? Diese These, dass in einem kompetitiven Markt, wo zwei Unternehmen gegeneinander einfach in Konkurrenz stehen und ein ähnliches Produkt haben, in so einer Situation hat man einen konstanten deflationären Druck auf den Preis. Das ist so in einem kompetitiven Markt. Wieso? Weil der Consumer is looking for irgendwie einfach more for less. Also wenn du entscheiden kannst, wenn du ein Produkt hast oder zwei Produkte hast und eins ist billiger, dann gehst du dorthin. Das heißt, das andere Unternehmen hat einen Druck zu Innovation oder irgendwie das andere Unternehmen weiter unter Druck zu stellen. Das heißt, wenn ich jetzt diese Aussage, es bin nicht nur ich, es ist auch Jeff Booth mit einem extrem guten Buch, The Price of Tomorrow, diese Aussage, dass the baseline state of a competitive market is deflationary, wenn die mir niemand verneinen kann, dann stelle ich gleichzeitig die Frage, was hat dann ein inflationäres Geldsystem da zu suchen? Das ganz Lustige ist, dass dieselben Ökonomen, die erklären werden, dass Inflation unbedingt notwendig ist, die schreiben dann Paper über wie super Inflation ist und bauen ihre ganze Karriere darauf auf, dass alles immer teurer werden muss und dann gehen sie nach der Arbeit zum Supermarkt und bücken sich runter, weil die Kekse unten 10 Cent weniger kosten. Und suchen nach den Sonderangeboten. Meine Theorie ist folgende, ich glaube, dass ein deflationäres Geldsystem weder mit Gold noch mit Fiat Money, das ja quasi eine Art Notlösung fürs Goldsystem war, funktioniert hätte. Weil du kannst ja nicht wirklich in den Millicent Bereich runtergehen und du kannst das Gold nicht so aufdröseln. Genau. Irgendwann kommt es dann zu, also zum Beispiel die, du kennst vielleicht das Pizza-Paradoxon, das Pizza-Dilemma. Also die Tatsache, dass du Bitcoin nach unten theoretisch unendlich teilen kannst, das sprengt manchen Leuten den Kopf. Und genau aus dem Grund, weil das war bis jetzt einfach nicht möglich. Das ist ein Feature von Bitcoin, das meiner Meinung nach auch in der Bitcoin-Szene zu selten besprochen wird, dass das wirklich eine Innovation darstellt. Das heißt, wir können dann auf ein deflationäres System umsteigen und Chef Puff sagt ja auch, dass die Deflation in der Technologie jetzt so viel schneller geht, dass das quasi das inflationäre Geldsystem dann nicht mehr nachkommt und wir reagieren, indem sie immer mehr Geld drucken und irgendwann mal macht es Bang. Man kann es aber auch so sehen, dass quasi die Deflation der Technologie, sage ich einmal seit dem Jahr 2000, das inflationäre Geldsystem mehr oder weniger am Leben gehalten hat. Das ist die Phase, in der die angefangen haben, immer mehr Geld reinzuschütten und alle haben gesagt, um Gottes Willen, die Hyperinflation kommt, dann ist es nicht passiert, dass wiederum deren Überzeugung, dass es nie passieren kann, verstärkt hat. Und jetzt langsam kommen wir halt zu der Phase, die Bitcoiner machen sich Gedanken an einigen Ländern, ist die Flucht aus den nationalen Währungen bereits in vollem Gange. Türkei zum Beispiel in Argentinien wird nach der sechsten oder siebten Hyperinflation plötzlich ein Präsident gewählt, der sagt, Moment, die Notenbank ist schuld. Weil jetzt kommt es, bei den ersten sechs Hyperinflationen haben sie es noch nicht kapiert, aber bei der siebten, damals langsam, dass es vielleicht doch was mit denen zu tun haben könnte, die das Geld drucken. Aber wie gesagt, das ist ja so krass, nicht? Weil wenn man davon ausgeht, dass jetzt menschliche Neugierde technologischen Fortschritt antreibt, technologischer Fortschritt dann resultiert in erhöhte Produktivität und das inhärent deflationär ist, dann macht das Geldsystem das, was wir haben, das arbeitet entgegen. Und jetzt nochmal, stellen wir uns mal vor, wir hätten ein globales Zahlungsmittel, Zahlungssystem, das jetzt nicht nur wir hier in Europa verwenden könnten, aber auch in Afrika, in Indien, egal wo. Die Leute würden in so einem System durch die Produktivität von der USA, von Europa, von den Industrieländern profitieren, weil ihre Kaufkraft auch steigen würde in so einem System. Das ist ja crazy. Und wir haben leider mit diesem Schuldgeldsystem haben wir Staaten prinzipiell versklavt in eine Schuldenfalle reingebracht. Auch jetzt Alex Gladstein macht da extrem gute Arbeit und zeigt auf, wie dieses Schuldenverhältnis eigentlich die Staaten in Abhängigkeit treibt. Auch David Graeber, by the way. Ja, das Ganze war auch mal ein linkes Thema. Sie haben es inzwischen vergessen. Inzwischen lieben sie den IWF. Ja, das ist halt auch so eine Sache. Also David Graeber hat da auch extrem gute Arbeit gemacht. Extrem gute Arbeit und hat das aufgezeigt, wie das ungerecht ist. Ich habe auch David Graeber gelesen. That kann ich auch jedem Bitcoiner mal empfehlen, mal eine andere Lektüre in die Hand zu nehmen. Aber der beschreibt das eindeutig. Und dann jetzt nochmal zurück zu Bitcoin. Ich kann mich noch erinnern an, Entschuldige, Naomi Klein. Wer ist die? Das war so eine populär ökonomische Autorin, die in den Nuller, Anfang der Zehnerjahre sehr, sehr, also auch eine Linke. Die hat das Buch Disaster Capitalism geschrieben. Okay. Und da geht es ganz, ganz stark auch um den IWF und die Schocktherapy. Ich glaube, es hat zwei geschrieben. Disaster Capitalism und Schocktherapy. Und das war extrem kritisch auch gegenüber Hayek, weil sie, also nicht fairerweise, ich glaube, dass Hayek da total missbraucht wurde von ihr im Nachhinein, aber quasi die, sozusagen die, das, was sie gesehen hat als Disaster Capitalism, Schocktherapy, dass das quasi auf Hayek zurückzieht. Aber das ist richtig der Punkt. Der Punkt ist, damals war das noch etwas, das in der breiten Masse diskutiert wurde. Heute sehe ich das ehrlich gesagt wenig. Aber ganz ehrlich, Bitcoin ist auch Occupy Wall Street. Ja, genau. Bitcoin ist Occupy Wall Street. Das war auch, vermute ich mal, eine linke Bewegung. Aber Bitcoin ist diese Inkarnation von Occupy Wall Street. Das ist sozusagen, Leute, diese Bailouts, dieses Geldsystem, was nur diesen One Top Percent profitiert und der Moral Hazard, der hier entsteht, weil Unternehmen, aber auch Banken systemrelevant sind und die werden sozusagen gerettet und wir nicht. Das versinnbildlicht Bitcoin. Ja, aber der Unterschied ist eben, Occupy Wall Street zeigt doch, warum es Bitcoin braucht, weil die sind dann ja auch in ihrer Basis demokratischen, typisch studentischen Protestbewegung einfach komplett zerstört. Die haben sich selbst zerstört. Und Bitcoin, genauso wie die GameStop-Geschichte. Erinnerst du dich an die? Die große Revolution, Reddit und das ist dann, und da haben dann die Medien auch kein Problem damit, dass sie auf dieser Ebene wochenlang, ja, das ist jetzt die jungen Leute, begehren auf gegen das Establishment. Das würden sie bei Bitcoin, wo es die Wahrheit ist, niemals so berichten. Aber wieso ist das, Nico? Das tut mir so weh. Wieso können wir nicht einen objektiven Diskurs bei so einem Thema aufmachen? Weil es quasi vorgegebene Leitschienen gibt. Ich weiß nicht genau, die werden nicht zentral gesteuert. Die entstehen. Und diese Leitschienen besagen, du kannst so einen von Haus aus zum Scheitern verurteilten Sturm im Wasserglas wie Occupy Wall Street oder GME, kannst du als große Revolution berichten, weil sie keine Gefahr darstellen. Weil sie eben diese Sturm im Wasserglas. Und ich habe das damals, und weißt du, GME muss ich echt dazu sagen, das wurde damals mega aufgeblasen zu einer Zeit, in der Bitcoin gerade massiv ralliert hat. Also das hat auch Medienaufmerksamkeit von Bitcoin weggenommen. Und die Leute haben so getan, ja, we stick it to Wall Street. Also völliger Unsinn. Und das hat wirklich Existenzen ruiniert, weil die haben da ihr Geld in Unternehmen gesteckt, die schon kaputt waren und haben geglaubt, sie sind Teil einer Jugendbewegung. Und das ist wirklich problematisch. Aber du siehst, also das Bedürfnis ist da. Bei Wall Street ist da GME, das Bedürfnis ist da. Aber, und ich glaube, der große Unterschied ist der, dass du bei Bitcoin wirklich mitmachen musst. Dass du wirklich auch dahinter stehen musst, dass du auch mehr tun musst, als nur irgendwie auf der Wall Street rumsitzen und ein paar Protestblätter in die Luft halten. Du musst schon nach einem Risiko auch eingehen. Okay, also sozusagen, wenn du wirklich dann die Eigenverwahrung übernimmst. Das ändert alles. Und du gehst zur Selbstverantwortung übernimmst du und dazu musst du halt stehen. Ja, das ist ein guter Punkt. Und dann kommst du aber drauf, dass die Revolution so stattfindet und nicht auf der Straße. Die Revolution findet statt, indem immer mehr Menschen die Eigenverantwortung über eigenes Leben übernehmen. Und je mehr Leute die Eigenverantwortung übernehmen, desto schwächer wird das alte System. Und desto resilienter werden wir in der Übergangsphase. Weil die Übergangsphase hat meiner Meinung nach schon begonnen. Aber sie kann noch lange dauern, sie kann noch echt karotisch werden. Ich gehe damit und ich glaube auch, dass Bottom-up-Bewegungen langsam, aber langfristig Veränderungen bringen. Top-down-Bewegungen kurzfristig leider sehr effizient oder gut eingreifen können, aber langfristig nicht die Ergebnisse erzielen, die man erzielen möchte. Es gibt auch in Bitcoin eine, unter den Bitcoinern eine Bewegung, die heißt Bitcoiners for Future. Die sind super. Also es ist eine Telegram-Gruppe. Ich bin da auch dabei. Und da geht es um die sozialen Aspekte von Bitcoin. Und dass Bitcoin auch ein Thema ist für Leute, die jetzt auch sich politisch zum Beispiel links eher identifizieren. Also ich bin immer der Überzeugung, dass Bitcoin eigentlich eine Technologie ist und apolitisch ist und Eigenschaften einfach mitbringt. Und diese Bewegung, also die Bitcoiners for Future, die versuchen auch das so rüberzubringen. Hey Leute, wir müssen tatsächlich unser Geldsystem verändern und Anreize verändern, um in eine nachhaltige Wirtschaft und in eine nachhaltige Welt zu transitionen. Also Grüße gehen raus an die Leute da, die dabei sind. Weil ich finde, Bitcoin braucht das auch, beziehungsweise es braucht mehr Leute, die auch diese sozialen Aspekte und die Leute auch abholen von egal welchen, von überall. Ja. Und objektiv einfach bewerten. Ich glaube, du kannst Bitcoin oder das, was es versucht zu tun, nicht verstehen, ohne gewisse liberale Grundansichten zumindest durchleuchtet, durchschaut zu haben. Was ich damit meine ist, du musst schon in der Lage sein, dir eine Welt vorstellen zu können, banal gesagt, in der nicht der Staat alles kontrolliert. Ja. Das heißt, dass du hast eine harte, einen harten Kern von liberalen, teilweise libertären, teilweise sogar radikal libertären Leuten, die sozusagen in Bitcoin einen Heilsbringer für ihre Ideologie sehen. Und dann hast du natürlich, und das finde ich sehr positiv, eben hundert andere Schattierungen. Weil warum? Bitcoin ist eine Lösung für, wie wir es gesagt haben, ein faktisches Problem, ein reales Problem. Das heißt, es ist ja ganz normal, dass unterschiedliche Gruppen das gut finden aus unterschiedlichen Gründen. Ja. Und deswegen bin ich auch kein Freund, weder von einer Radikalisierung in irgendeiner Richtung noch von einer Streiterei im Bitcoin. Was ist jetzt Bitcoin? Ist es jetzt oben, unten? Ich nenne jetzt nicht einmal Wörter. Es ist gar nichts. Es ist Bitcoin, ist Bitcoin. Ja. Und es hat nichts, also die Ideologie, das stimmt dahinter, auch von Satoshi Nakamoto, Cypherpunks aus von Economics, ohne die ist es nicht zu verstehen. Aber das heißt nicht, dass, wie soll ich sagen, wenn du, wenn du, wenn du, wenn das Problem mal gelöst ist, ist das, ist das dann gar nicht mehr ideologisch, sondern es ist eher, es ist eher einfach egal, weil es ja Problem gelöst ist. Sondern dann, dann kümmern wir uns, also wir lösen ja mit Bitcoin nur ein, ein Grundproblem, damit wir ein, und das ist auch das, was ich in meinem Podcast versuche reinzubringen, ein anderes Leben ermöglichen für die Menschen. Aber die müssen das Leben dann auch leben so. Es geht nicht nur darum, bis ich permanent nur den Kopf über, Bitcoin ist ein Tool. Genau. Ja. Wie der Peter Kortus immer so schön sagt, eine, eine, eine Kombizange ist sehr nützlich, aber es hat keinen Sinn, den ganzen Tag zu Hause zu sitzen und die Kombizange zu streichen und zu sagen, hey, super Kombizange. Ja. 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 Und die Systeme, die sich darauf aufbauen, die muss man dann auch noch analysieren. Also die Frage, es ist auch immer so, ja, wird es in einem Bitcoin-System einen Staat geben oder so? Ein Staat, eine Demokratie theoretisch, das sind Leute, die wählen, die sich in Strukturen eingliedern, das kann es auch dort geben. Natürlich. Definitiv. Das sind halt einfach nur so Überlegungen, die man auch machen kann, aber die man dann immer so hört, nee, das wird eine Monarchie und dann gehst du auf X, auf X und dann liest du dir die Twitter-Kommentare durch und dann denkst du dir so, jo Leute, das, was geht hier ab? Setzen wir uns an einem Tisch, Nico hat einen neuen Tisch, der Preis steigt gerade, das sehen wir. Diskutieren wir die Sachen einfach objektiv durch und lassen nicht einfach so einfach auf X oder auf den Kommentaren so Bullshit-Sachen rein. Ich, ich, also nur ein Beispiel. Ich kann dir sagen, in, in meinem Umfeld, ähm, wenn die einen Kommentar lesen, wo, wo steht, Steuern sind Raub, study Bitcoin. Handy wird weggelegt, Bitcoin wird ignoriert, that's it. Aber man muss natürlich auch die Leute zum Ort kommen lassen, die sagen, Steuern sind Raub. Ja, das ist okay. Das ist der Punkt. Das ist das, was und, was vorher nicht möglich war. Vorher war gar die Welt nur noch nur ein reiner Safe Space und wenn einer sowas gesagt hat, dann wurde sowieso nicht vervollgenommen. Aber was erreichst du damit? Du kannst dir erklären, wieso du fühlst, dass Steuern Raub sind. Mega legitim. Erklär das und danach können wir objektiv in Diskurs eingehen und können davon auch was lernen. Aber ist das überhaupt eine, eine, ich meine, ich weiß, was du meinst. Was du meinst ist, dass quasi, ähm, sag ich mal, ähm, Leute, die in ihrer, in ihrem Feuer, sag ich, übers Ziel hinausschießen, ähm, Bitcoin möglicherweise ein bisschen ein schlechtes Image bei Normies verschaffen. Genau, definitiv. Okay, aber dann sage ich folgendes. Erstens, wer ernst nimmt, was auf Twitter passiert, dem kann ich sowieso nicht helfen. Ja, das ist, das ist nicht die richtige Welt und ich kann euch nur empfehlen, erst mal ein paar Wochen runter zu loggen und zu merken, es ändert eigentlich nur so ein Positiv. Und das ist Punkt eins. Twitter ist ja auch auf Enragement ist Engagement. Das baut ja darauf auf, ständig an deinen Emotionen zu spielen. Das ist mal Punkt eins. Punkt zwei ist, die Bitcoin-Community ist wunderbar, nimmt sich aber selbst zu wichtig und wird auch zu wichtig genommen. Ja, Bitcoin, und es gibt ja hunderte verschiedene Communities. Die Bitcoin-Community in Nigeria ist was anderes, als die in Schweden, ja. Und drittens ist die auch Entwicklungen unterworfen. Und deswegen finde ich, und das ist auch das, was ich gemeint habe mit Bitcoin, du musst Skin in the Game haben, dass die Leute, die sagen, nein, Bitcoin is for future, ja, weil klassische linke Ideale wie Fairness und einer gewissen Form von Equality of Opportunity und von mir aus Umweltschutz und so weiter, werden durch Bitcoin genauso reflektiert, ja. Aber die müssen zumindest Skin in the Game haben und dann sagen, nein, wir machen da unser eigenes Ding und wir werden auch nicht zulassen, dass wir quasi Bitcoin einer kleinen oder einer anderen Gruppe überlassen. Also ich möchte aber auch die laute Gruppe nicht kritisieren, weil ich finde, dass das Erste, was du bei Bitcoin lernst in der Bitcoin-Community ist, oder kritisieren darf man schon, aber das Erste, was du lernst, ist, der Umgangston ist ein wenig direkter und ein wenig rauer als in der cosy Safe-Space-Welt, ja. Weil man hat ja etwas, auf das man sich einigen kann und dann kann man sich ruhig auch mal die Meinung reindrücken. Und das ist schon toll. Und man ist auch zu Recht wütend, weil es ist halt auch so, dass wenn man sich mit dem Geldsystem intensiv auseinandersetzt, kann es nicht anders sein, als dass man auch ein bisschen Vertrauen an Institutionen verliert. Das Problem, oder die Schwierigkeit ist, dass eine Gesellschaft Vertrauen braucht. Ich könnte mich auch nicht hier draufsetzen auf diesen Stuhl, wenn ich jetzt nicht ein Tischler oder keine Ahnung, Ikea oder was auch immer vertrauen würde, dass der hält. Du als Molekularbiologe müsstest erstmal überhaupt herausfinden, wie sowas gebaut wird und warum das überhaupt hier steht. Genau. Aber so kann ich nicht funktionieren. Das heißt, es braucht eine Basisgrundlage von Vertrauen. Und dann, wenn man feststellt, jo, wir haben tatsächlich vielleicht potenziell ein Problem in unserem Geldsystem, was ultra wichtig ist, auch die Basis von Vertrauen auch aufzubauen. Also Geld hat ja was, Vertrauen ist zentral in Geld. Und wenn wir da schon eine kleine Schwierigkeit mal haben, nennen wir es mal kleine Schwierigkeit, dann sind die sekundären, tertiären Effekte, die darauf aufbauen, die kann man nicht mal ganz zu 100% beschreiben, weil die Ökonomie so komplex ist. Weil, wenn nicht mal, also nicht mal als Molekularbiologe hast du schon Schwierigkeiten rauszufinden, was in einer Zelle passiert. Du kannst, wenn du dann ein Komplex nimmst, zwei Zellen, die hintereinander reagieren oder auch kommunizieren, das kannst du nie vollumfassend beschreiben. Wie kann man dann die Effekte beschreiben, die in einem ökonomischen System aufeinander bauen? No chance. Aber zwei Prozent Inflation ist gut für die Wirtschaft. Weißt du, wo es herkommt? Ich habe das tatsächlich auch, glaube ich, von dir mal gehört, aber nicht nur von einem in Neuseeland, einem Zentralbanker. Also es war so, ich habe immer geglaubt, dass die zwei Prozent einfach, dass sie einfach besonders faul waren und sich gedacht haben, naja, Goldförderung sind ungefähr zwei Prozent pro Jahr. Daran orientieren wir uns. Das war es tatsächlich nicht, sondern die Story geht so, dass ein, und das spricht dann auch Bände über die angebliche Unabhängigkeit der Notenbanken von der Politik. Es war in den, ich möchte sagen, 80er Jahren, ich möchte mich jetzt aber auch nicht total festlegen, weil ich das jetzt nicht im Kopf habe, aber es war ein norseeländischer Finanzminister, der irgendwann mal in einem Interview die Meinung geäußert hat, es bräuchte eine stabile Inflationsrate und die würde er gerne bei zwei Prozent sehen. Warum hat er damals nicht erklärt? Und dann haben die Ökonomen der Notenbank sich hingesetzt und gesagt, naja, okay, das müssen wir jetzt mal so hinrechnen, dass zwei Prozent passen, weil du kannst ja alles hinrechnen, ist ja easy. Und dann, und das haben die wirklich so beschrieben, das ist kein Scherz, dann haben sie diese zwei Prozent genommen und haben sie zu ihrem zigarrenrauchenden Kaffeekränzchen nach Basel zur Bank of International Settlements genommen, wo sich die Notenbanker treffen und austauschen darüber, wie die Welt zu steuern ist. Und dann haben sie sich darauf geeinigt, naja, wenn die das machen, dann machen wir das auch. Und so ist das Ganze von einer Notenbank zur anderen und immer mehr haben das quasi in ihre Folklore aufgenommen, sage ich jetzt mal. Und bei der EZB zum Beispiel war ja die, also das EZB-Mandat besagt, dass die EZB für Preisstabilität zu sorgen hat, aber die EZB entscheidet selbst, was Preisstabilität ist. Das ist super, das ist toll. Das ist, wenn wir nicht in der Schule eine Schularbeit machen, du musst eine Rechnung durchführen, aber du entscheidest selbst, was die Rechnung ist. Und die haben dann entschieden, ja, wir würden gerne, also wir wissen, wir machen ja harte Geldpolitik nach der deutschen, wir machen nicht zwei Prozent, wir machen knapp bei, aber unter zwei Prozent. Das war die ursprüngliche Variante. Und das haben sie dann jetzt geändert auf zwei Prozent. Und jetzt, jetzt kommen wir natürlich in eine Phase, in der die Inflation langfristig hoch bleiben muss, damit die ganzen Schuldenstände einigermaßen erträglich bleiben. Und das führt jetzt dazu, dass hochbezahlte, total Elite-Ökonomen, wie der Herr Blanchard vom früheren IWF, dann in der Financial Times schreiben dürfen, ja, vielleicht ist es doch vier Prozent. Ja, das ist crazy. Aber auch das, zwei Prozent, wie wird das berechnet? Diese zwei Prozent, das ist ein Warenkorb. Und auch dort, wenn man sich das anschaut, wieder als Molekularbiologe, das schaust du dir dann an, dann bist du so, jo. Aber wir haben da auch Einschränkungen, zum Beispiel Substitutionseffekte. Substitutionseffekte sind die, dass, wenn ein Produkt im Preis steigt und du als Consumer dann dieses Produkt weniger kaufst, weil es einfach zu teuer geworden ist, dann shiftest du zu ein anderes Produkt. Und dann nimmt das billigere Produkt größere Wichtigkeit auch in diesen Warenkorb. Oder hedonische Anpassungen und so weiter. Ja, genau. Also, das ist auch alles okay. Also, man will das ja irgendwie berechnen. Aber ich will nur sagen, dass auch diese Zahl, auf die man sich so fixiert, auch schon die zu berechnen, ist unmöglich schwierig. Und die kann man auch nicht exakt berechnen. Das sowieso nicht. Und da sind auch keine Immobilien drin und so weiter. Und diese Zahlen wandern dann in irgendwelche anderen Modelle, die dann wiederum zu politischen Aktionen führen. Und die Grundidee dahinter, und das ist sozusagen das Grundproblem mit den kensianischen Wirtschaftsschulen, ist, dass quasi immer in Aggregaten gedacht wird. Also, die Menschen werden nicht als Individuen betrachtet, sondern als Aggregate. Und dadurch entfernt du dich immer mehr auch von einer Menschlichkeit eigentlich. Als Homo economicus. Ja, das ist zum Teil. Der Homo economicus ist wieder ein anderes Thema. Aber was ich damit meine, ist, dass du quasi dich immer stärker in eine Welt begibst, in der du glaubst, du kannst über irgendwelche Hebeln das menschliche Handeln steuern. Und das ist das, was halt in den dunkelsten Zeiten und in den dunkelsten Regimen des 20. Jahrhunderts sozusagen der Kern der Gedanke war. Die Sowjetunion hat immer davon geredet, sie machen jetzt den neuen Menschen und es wird alles zentral gesteuert und wie furchtbar das ist. Also, das ist so, das macht mir halt, das ist wirklich, wirklich beängstigend. Was ich auch krass finde, also, ich schaue jetzt ab und zu auch die FOMC-Meetings von Jerome Paul, weil ich das so spannend finde. Meine Freundin ist dann immer so, naja, nicht schon wieder, können wir nicht irgendwas anderes sagen. Verständlich, verständlich. Definitiv, aber wie die Märkte bewegen, wie sie sich bewegen auf einen Dude, der da hinkommt und sagt, der Leitzins geht hoch oder runter, das ist so crazy. Nicht nur ein Dude. Ja, es sind halt mehr oder dahinter. Ja, es ist sogar weniger. Es sind einzelne Worte von einem Dude. Okay. Es ist so, es gibt in jeder Investmentbank sitzen 100 hochbezahlte Typen, die sind nur damit beschäftigt, das letzte Statement mit dem neuen Statement abzugleichen, zu schauen, wo haben sich einzelne Wörter verändert und was könnte das bedeuten. Es ist wie das Orakel von Delphi, er hat nach rechts oben geschaut, was könnte das heißen. Ja, es ist schon krass, weil ich möchte nur damit sagen, dass da bewegen sich Märkte in Milliardenbereichen. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Und dann beschwert man sich auch, dass die Realwirtschaft von der Finanzwirtschaft mehr und mehr entkoppelt. Das war ja 1971 der Startschuss dafür. Ja, und die Finanzwirtschaft übernimmt halt mehr und mehr diese Funktion, so ein monetäres Premium, wo Leute einfach ihre Kaufkraft parken möchten, irgendwie. Das wächst und wächst und wächst. Als Mixen den Goldstand beendet hat, waren die Banken nicht die größten Gebäude im Zentrum der Stadt. Das kam natürlich dann alles. Und das hast du heute überall. Und Investmentbanking war auch kein glamouröser Beruf. Und das sind aber alles nur Symptome. Und wir tun aber oft so in der Öffentlichkeit, dass wenn die Banken schuld sind, sind sie eigentlich nicht. Ja, ich würde das auch so sagen. Also es sind Anreize, die getrieben werden von einem, ja, auch Schuldgeldsystem. Aber siehst du, wir müssen leider langsam zum Schluss kommen, obwohl ich null Bock habe. Wir sollten, wir werden, also fix, wir setzen das fort. Okay, cool, ja. Also, das war eine Frage. Ja, safe. Bist du dabei? Ja, klar. Die jungen Leute heutzutage mit ihrer Jugendsprache nicht. Das ist total cringe, Bruni. Siehst du die positive Veränderung quasi bereits in der Welt durch Bitcoin? Also wenn wir es reden, darüber reden, wo ist die Transformation? Siehst du die Transformation schon? Bei dir, bei anderen? Wir sind doch damit eingestiegen und ich glaube, es ist ganz wichtig, weder bei den Leuten, mit denen wir gestern zusammen gewesen sind, noch bei deinen Kollegen im Labor, noch bei vielen anderen ist es angekommen. Das heißt, wir sind noch immer in einem absoluten Mikrokosmos. Aber was sehen wir da? Ja, definitiv. Also ich glaube, man braucht definitiv viel mehr Bildung. Deshalb engagiere ich mich auch mit diesem Thema. Auch bei dem Bitcoin von Talents Kurs von der Frankfurt School of Finance und so weiter. Ich sehe Veränderungen und die Veränderungen, die ich sehe, sind extrem interessant, aber in verschiedenen Branchen, also in verschiedenen Bereichen. Also du hast jetzt ein monetäres Gut, was auch accessible ist für Leute, die in Diktaturen leben und in autokratischen Regimen, wo Bitcoin wirklich auch ein Lifeboat sein kann. Zusätzlich finde ich auch extrem spannend, was das Mining, das Proof of Work in Kombination mit Renewables machen kann. Und das ist auch so eine Sache, da brauchen wir so viel mehr Bildung. Das Thema Energie, Stromverbrauch und so weiter. Das ist ein fairer Punkt. Also Bitcoin verbraucht definitiv viel Strom. Die Frage ist nicht, ob hat Bitcoin Value? Ist das okay? Woher kommt dieser Strom? Sind das CO2-Emitting Sources und so weiter? Da gibt es so viel noch Education und EBA, glaube ich, wird da jetzt reinkommen und auch hoffentlich für objektive Berichterstattung sorgen. Da bin ich ultra bullish. Bitcoin als Transition Instrument für Renewable Future und auch hier, dass Leute das als Spartechnologie vielleicht entdecken. Vielleicht. Also jeder entscheidet dann selber, aber das sind so die Themen, die ich am interessantesten finde, muss ich sagen. Und das Bitcoin, wie gesagt, um einen Full-Circle-Moment zu haben, Bitcoin zwingt dich, die einfachsten Fragen zu stellen, wenn du es wirklich verstehen möchtest. Bitcoin zwingt dich, die Frage zu stellen, was ist Geld? Wie funktioniert es? Wo kommt unser Geld her? Bipapo und so weiter. Also es führt dazu, dass du dir Wissen aneignen musst und Wissen ist auch Macht und auch du kannst dich sozusagen wirksam machen, wie Roman das jetzt sagen würde. Luca, ich danke dir vielmals, dass du da warst. Ich habe das extrem genossen. Das war genau so, wie ich mir das vorgestellt habe. Beziehungsweise es war ja besser, weil der macht mir oft gar keine Vorstellungen. Was gibt es noch zu dir zu wissen? Was möchtest du uns sagen? Findet man dich irgendwo? Kann man dich erreichen? Machst du irgendwas? Was verrätst du uns? Also wenn man mich erreichen möchte, dann kann man mich auf LinkedIn zum Beispiel erreichen. Leute, die sich jetzt auch mit dieser Welt von morgen mehr beschäftigen möchten und auch für Bildung über unser Geldsystem sich aktiv engagieren möchten, könnten mich auch kontaktieren. Dann können wir da definitiv was machen. Und sonst, mir geht es nur darum, einen objektiven Diskurs über das Thema Geld in die Gesellschaft mehr und mehr reinzubringen. Und dann soll jeder für sich selber entscheiden können, ob er zu einem MMD-Anhänger wird oder was auch immer. Das Thema muss besprochen werden. Ich verspreche dir, wir besprechen es heute, nächste Woche und wieder. Vielen Dank, dass du da warst, Luca. Das war mega. Bis zum nächsten Mal. Danke dir, Nico. Ciao. Danke dir, Nico.